Aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen in der Gastronomie verzeichnen Lieferdienste wie Lieferando und Gorillas enorme Gewinne. Bequem und ohne großen Aufwand lassen sich Lebensmittel und verschiedenste Gerichte von Restaurants in deiner Nähe bestellen. Selbst präsentieren sie sich als große Familie. Arbeit in einem warmen und kollegialen Betriebsklima. Doch Kritik wird laut. Über schlechte Bezahlung, Rassismus am Arbeitsplatz und die Sabotage jeglicher Organisationen von ArbeiterInnen an ihren Arbeitsplätzen. Lieferando gehört zum Unternehmen Takeaway, welches vor etwa 20 Jahren in Amsterdam gegründet wurde. Die Idee dahinter war eine Online-Plattform, die jegliche Restaurants in deiner Nähe anzeigt. Ähnlich wie Gorillas möchte Lieferando nun auch eine Lebensmittellieferdienst anbieten. Während eine Gorillas-Filiale bei uns in Darmstadt noch in Planung ist, hat sich Lieferando bei uns in Darmstadt schon fest etabliert. In Ordnung. Erzähl ein bisschen was über dich. Ja, also ich bin Henry. Ich arbeite seit jetzt fast einem Jahr für Lieferando als sogenannter Rider. Und ja, ich bin heute hier, um etwas über die Arbeitsbedingungen der Firma zu erzählen und ein bisschen Auskunft zu geben darüber, was, ja, wie dieses ganze Firmenmodell mit den ganzen Lieferanten, also mit den Ridern so abläuft, welche Probleme immer wieder auf uns zugekommen sind, ja, durch das Unternehmen, wie wir immer wieder blockiert wurden, wenn es um Gründung von Betriebsräten und solchen Dingen eben geht. Laut eigener Aussage hat Take-Away-Lager, in denen Helme oder E-Bikes zur Nutzung stehen. Weißt du etwas davon oder durftest du diese sogar schon nutzen? Also wir haben, äh, also Ausstattung von Take-Away bekommen, also Lieferando. So heißt ja quasi die, äh, die Seite hier so bekannt als Lieferando. Und, ähm, wir haben Helme bekommen und, ja, T-Shirts, äh, Jacken, Regenausstattung zu dem und eben die Rucksäcke. Dazu ist halt noch zu sagen, wir zahlen 70 Euro dafür, das geht ab von unserem ersten Lohn. Das kann man dann zurückkriegen, wenn man bei denen dann aufhört oder, ja, die einen quasi den Arbeitsvertrag nicht verlängern. Dann kriegt man die 70 Euro zurück. Zu der ganzen Ausstattung ist halt zu sagen, also man sieht klar, dass die in erster Linie nicht auf gute Ausstattung achten. Die Helme sind völlig nutzlos, also der kann dir einmal runterfallen und da bricht das Plastik schon ab. Also ich selber trage daher auch keinen Helm. Und es geht in erster Linie darum, halt das Firmenlogo überall drauf zu klatschen. Also selbst auf unserer Sonnencreme, die wir von denen bekommen, steht Lieferando, äh, auf, auf dem Helm natürlich, auf dem Rucksack ganz groß. Überall muss halt das Firmenlogo zu erkennen sein. Ähm, an sich ist die Ausstattung kaum zu gebrauchen. Ich trage sie manchmal, weil ich, äh, ja, weil ich meine eigenen Klamotten einfach nicht ruinieren will mit der Arbeit. Also deshalb trage ich die Klamotten manchmal. Aber an sich ist es so, ähm, das alles, das Billigste, was man von, äh, Alibaba Express bekommen kann, wird uns halt zugeschickt. Also die machen wahrscheinlich noch einen Gewinn damit, so, wenn sie 70 Euro von uns dafür bekommen. Also das zur Ausstattung zu sagen, was Helm angeht, was Fahrräder angeht. Also in großen Städten ist das so, also Frankfurt, Hamburg, Berlin, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Fahrrädern. Das sind dann so E-Bikes. Und von Kollegen in Frankfurt habe ich auch gehört, das sind so absolut nutzlose Fahrräder. Es ist immer irgendwas kaputt an den Dingern. Es ist also teilweise schwer, unmöglich damit so, äh, wirklich sicher zu fahren. Ähm, ja, und es gibt nur eine Handvoll. Davon, also nicht die allermeisten Fahrer, wie ich, fahren mit ihren eigenen Fahrrädern. Also das ist einfach Fakt. Und, äh, die paar Fahrräder, die es gibt, ja, die sind halt schnell vergriffen. Also ich weiß nicht, wie viele es in Frankfurt sind, aber mehr als so 50 Stück werden es da nicht sein. Und alle anderen Fahrer müssen mit dem eigenen Bike fahren. Also das ist klar. Die gibt es in diesen sogenannten Hubs. Also da geht man dann halt hin und, äh, kriegt seinen Rucksack, seinen Helm und eben das Fahrrad oder man hat halt sein eigenes Rad. Also es ist nur auf eine bestimmte Anzahl reduziert. Wie ist das mit den Materialkosten fürs Fahrrad? Bekommt ihr da eine Unterstützung, wenn beispielsweise was kaputt geht am Bike? Also wenn jetzt so direkt was kaputt geht, nicht. Man schickt, also mir ist bei der Arbeit schon zum Beispiel so ein Rad kaputt gegangen. Also komplett. So, ähm, und, ähm, wir bekommen nicht die Reparatur bezahlt. Wir schicken denen natürlich Fotos und, äh, so eine Quittung. Aber, ähm, vorher haben wir auch eigentlich gar nichts bekommen, außer so, äh, auf den Kilometer 10 Cent auf bis zu 440 Kilometer. Und das haben wir dann als Amazon-Gutschein bekommen. Also wir sollen uns dann halt bei Amazon was Schönes davon kaufen anscheinend. Und das musste ich auch am Anfang so machen. Also so, wenn mal jetzt mal das Licht kaputt war oder so ein Schlauch oder so, dann habe ich mir das halt auf Amazon bestellt. Aber, ähm, seit zwei Monaten ist das jetzt so, dass die Fahrräder 14 brutto auf den Kilometer bekommen. 14 Cent brutto auf den Kilometer. Und das ist sozusagen, das ist sozusagen so ein Ausgleich für den Verschleiß des privaten Fahrrads, ne. Ja, und da heißt es, also da ist es dann halt so, man hat die Wahl. Entweder nimmst du den Amazon-Gutschein oder nimmst halt, äh, das brutto 14 Cent. Und da musst du halt auf mehr als 550 Kilometer im Monat ungefähr kommen, dass, dass es sich lohnt sozusagen, dass du mehr als auf die 44 Euro kommst, die du als Gutschein von, für, also als Amazon-Gutschein bekommst. Und die 44 Euro sind halt auch eben so dieses Ding, also, ähm, wenn sie uns mehr geben würden, dann müssten die halt Steuern zahlen dafür. Das wollen die eben nicht. Deshalb ist das auf 44 Euro begrenzt. Und es hat aber auch keiner damals so, wie wir angefangen haben, den allermeisten wurde das nicht erzählt. Also, denen wurde nur erzählt, ihr kriegt halt einen Amazon-Gutschein pro Kilometer 10 Cent. Und dann geht davon aus, gut, wenn ich 1000 Kilometer fahre, dann kriege ich ja einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Ne, ne, stellt sich dann nach dem ersten Monat raus, ob, ne, bei 44 Euro ist eigentlich Schluss. Also, ja, das ist es halt dann so. Das wird einem am Anfang leider nicht erzählt. Genau, es gibt ja auch Vorwürfe von sehr langen Arbeitszeiten und eben langen Fahrtwegen. Beispielsweise, dass Fahrerinnen und Fahrer eben bis zu 10 Stunden eben zum Teil auch bei großer Hitze arbeiten müssen. Oder, äh, ja, eine Fahrt vom Restaurant zu den Kundinnen und Kunden eben auch mal eine Stunde lang dauern kann. Ähm, wie ist das denn? Also, laut Lieferando seien Fahrtwege nicht länger als anderthalb Kilometer oder eben 10 Minuten über Stunden. Die würden ja dann auch nicht korrekt abgerechnet werden, beziehungsweise würden gar nicht erst berechnet werden. Kannst du da was zu den Vorwürfen sagen? Ähm, also, also Fahrten sind in den allermeisten Fällen über eineinhalb Kilometer, natürlich. Also, das ist absurd zu behaupten. Also, ich fahre öfter mal sieben Kilometer für eine Bestellung. Also, ähm, das kommt schon vor. Ähm, also, es ist absurd zu behaupten, dass es eineinhalb Kilometer sind. Also, wenn die das wirklich irgendwo stehen haben. Also, nee. Sorry, aber es sind oft lange Fahrten. Es ist oft auch leider so ein langes Warten. Die Restaurants, äh, können manchmal ziemlich erschlagen werden, so, von den Bestellungen. Also, nicht nur Lieferando, sondern jetzt, wo natürlich wieder alles so auf hat, hat man wahnsinnig viele Tische wieder. Und dann stört eigentlich einen so eine Lieferando-Bestellung eher, als dass man sich freut. So, während dem Lockdown war das vielleicht noch so ein bisschen anders. Aber, ja, das kann einen ganz schön erschlagen. Und dann wartet man als Fahrer sehr lange. Der Kunde wartet sehr lange. Niemand kann eigentlich so da auch was dran ändern. Weil die Uhrzeiten sind halt vorgegeben. Das gibt das Lieferando-System so vor. Also, die, die, äh, Restaurants sagen halt so, ja, wir brauchen so 20 Minuten in der Küche fürs Essen. Und der Fahrer, dem wird automatisch vorgegeben, wie lange er zu brauchen hat für die Fahrt, ne. Und das kann manchmal halt dann doch zu Problemen führen, weil halt dann, äh, ja, niemand im Prinzip schuld ist, wenn es eine Stunde länger gedauert hat, bis das Essen da ist. Die Küche wird dann halt überrannt mit Bestellung. Dann dauert es doch nicht 20 Minuten, bis sie fertig sind, sondern 40 oder 60 oder manchmal auch 80 Minuten. Und, ja, das wird dann halt oft, äh, zu so einem Problem. Und der Fahrer hat natürlich nicht zu lange gebraucht. Die Küche hat, okay, länger gebraucht. Aber was sollen die denn auch machen? Man kann es dann halt auch nicht ändern. Und, ähm, ja, eigentlich heißt es, dass ein Fahrradfahrer, wenn er eine Bestellung bekommt, die mehr als 5 Kilometer ist, kann er die ablehnen und die soll dann einen Autofahrer, weil es bei Lieferando natürlich auch Auto, also die von Lieferando direkt angestellt sind, Autofahrer gibt. Aber da gibt es oft, äh, Konflikt, sage ich mal. Also ich selber kann jetzt Lieferando mal schreiben und sagen, ähm, also dem Disponenten, wir haben eben diese App, und da schreibt man einem Disponenten in einem Chat so, hey, die Fahrt ist 6 Kilometer lang, äh, ist doch blöd, wenn ich das jetzt fahre, weil das Essen wird ja kalt, bis ich da bin, so. Also das kriege ich nicht hin, weil die Box, also dieser Rucksack, den wir tragen, das hält halt auch überhaupt nichts warm, so. Das ist einfach, also das Essen wird kalt, also da kannst du es eigentlich genauso gut, also in der Hand da möglich, also das hält es halt kaum warm, weil es halt so eine billige Qualität ist, ne. Und, ähm, die sagen dann einem halt, also oft war es bei mir dann so, dann wurde wirklich ein, das an den Autofahrer weitergeleitet, aber leider gab es oft Fälle, äh, von Kollegen, und auch bei mir, dann, dann hieß es halt so, ja, ist kein Fahrer, Autofahrer da, du musst die halt jetzt machen, obwohl es eigentlich so heißt, dass wir über 5 Kilometer nicht annehmen müssten. So, wir können die verweigern, aber es wird dann halt Druck gemacht, so, nee, die machst du jetzt, fertig. Und wenn du dich komplett verweigerst, dann kannst du halt auch zu einer Abmahnung kommen, obwohl du eigentlich im Recht bist. Also sowas machen die leider, also es ist ein bisschen, ähm, ja, es ist ein bisschen, äh, wischiwaschi, sag ich mal so. Es heißt von, von Kollegen so, also 5 Kilometer, mehr als 5 Kilometer müsst ihr nicht fahren, und dann haben die natürlich alles in der Hand. Du hast halt deren App, ähm, in letzter Zeit ist es jetzt so, also meine ganzen, äh, Adressen stimmen irgendwie nicht, also auf der Karte nicht. Die Kunden haben die richtige Adresse drin, und ich kenne zum Glück alle Straßen hier, und weiß, wo ich hinzugehen habe, aber wenn ich auf die App gucke, gucke auf die Karte, dann ist das ganz woanders. Das heißt, die Kilometer stimmen bei mir dann auch irgendwie nicht mehr. Das heißt, die können ja einfach so, ach, einen Fehler in der App behaupten, und dann sind die 7 Kilometer eigentlich nur 3 Kilometer. Und ich fahre die 7, und dann muss ich beantragen, dass ich doch die richtige Kilometerzahl bekomme, aber darum kümmert sich dann niemand. Und, äh, es ist dann immer so was, man, man muss so viel extra verlangen, und den hin- und herschreiben, und das Kontaktformular nochmal ausfüllen, und dann kriegst du nach einer Woche Bescheid gegeben, ja, wir werden uns darum kümmern, um die 3 Kilometer, also die paar Cent verschleichst, die du mehr von denen bekommen solltest, auch wirklich zu bekommen. Und dann ist halt so das Problem, da hat man keinen Bock drauf. Man will sich nicht, äh, irgendwie hinsetzen an seinem freien Tag und so Paragrafen für jede kleine Scheiße, die die halt nicht hinkriegen, schreiben, damit man seine paar Cents und paar Euros auch wirklich nochmal bekommt von denen. Und man resigniert dann halt einfach, ne? Das ist dann halt einfach so, das ist mir den Aufwand jetzt irgendwie auch nicht wert, und dann, dann, dann ist halt, ja, das ist halt leider nicht korrekt. Das System ist halt so komplett, also es ist problematisch. Es funktioniert oft nicht. Äh, jetzt haben wir so ein, ja, leider so ein Problem mit, äh, GPS und jetzt weiß ich halt nicht wirklich, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Also ich muss schon so einen eigenen Tacho dabei haben oder so eine App, die wirklich zeigt, welche Kilometer ich gefahren bin. Und da ist dann eine Differenz von so 100 bis 200 Kilometern im Monat. Also Lieferando schlägt dann natürlich auch runter auf irgendeine Art und Weise. Das ist schon sehr krass, weil prinzipiell sind das ja auch so was wie unbezahlte Überstunden, sich dann am Ende des Tages nochmal hinzusetzen. Nochmal hinzusetzen und zu, ja. Zu schauen, wie viel bin ich denn wirklich gefahren? Richtig. Wenn die jetzt wirklich alles aufgenommen hat. Genau, genau. Und das ist halt so was, ja, das... Aber was Überstunden angeht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also Überstunden, es gab Fälle, ja, äh, von vielen Fahrern, die haben ihre Überstunden lange nicht bezahlt gekriegt. Äh, also was noch wichtiger ist, die Bonis, ne? Also wenn du halt viele Aufträge gemacht hast, dann kommst du in so einen höheren Bonusbereich und das macht dann schon was aus. Das macht aus den 10 Euro, die du die Stunde kriegst, ohne Trinkgeld, kann das am Ende des Monats halt 12, 13 Euro können es werden, wenn du diesen Bonus dann nicht bekommst, ne? Und, äh, das ist halt dann problematisch. Das gab es, äh, letztes Jahr auf jeden Fall. Aber ich hab jetzt seitdem, äh, gab es halt auch ein Statement von Lieferando, so ein öffentliches. Und ja, es kann manchmal zu Problemen kommen, aber wir sind jetzt total dahinter. Und ich hab das jetzt noch nicht so erlebt. Bei mir war es aber auch mit Stunden, die gefehlt haben, schon mal der Fall. Also wo ich 25 Stunden weniger auf der Lohnabrechnung hatte, als ich eigentlich gefahren bin, und zwar bei ganz vielen Fahrern bei uns so. Wir mussten dann alle nochmal einen Brief an die Zentrale in Berlin schicken, so, dass sie nochmal die Stunden überprüfen. Und dann ist aber tatsächlich schon, also ich war überrascht, schon nach 10 Tagen dann noch so, sind, sind die, also die, die Stunden dann nochmal nachgezahlt worden. Also das haben sie dann, irgendwie gab es da wohl ein Problem mit dem System. Aber das ist schon erstmal erschreckend, wenn man dann sieht, so 25 Stunden fehlen mir. Also auf der Lohnabrechnung was. Und jemand, der jetzt zum Beispiel, okay, ich weiß dann, ich schreibe da was hin, das lasse ich mir nicht bieten, so. Aber jemand, der jetzt vielleicht irgendwie kein Deutsch kann, so, der ist, der ist dann erstmal, also, es gibt wahnsinnig viele, die sich vielleicht das gar nicht trauen, so, da irgendwas zu sagen. So, das muss halt einfach funktionieren, weil, weil die Hälfte unserer Fahrer spricht jetzt kein Deutsch, so. Und das muss halt dann funktionieren und die sind sich dann halt extrem unsicher. Und die werden halt auch ganz anders angesprochen von den Disponenten, als jetzt jemand, der mit den Leuten Deutsch schreibt. Das ist ein ganz anderer Ton auf einmal bei denen. Von denen wird dann was verlangt und von denen, denen wird auch gesagt, also ich habe da Beispiele wirklich, wo einer gemeint hat, so, ich habe wahnsinnig Kopfschmerzen bekommen, ich kann jetzt diese letzte, auf die letzte halbe Stunde, ich kriege das nicht hin, bitte gib die, oder jemand anderem. Und es wird von dem verlangt, dass er das gefahren wird. Fertig. So, also, wenn er denen schreibt, ich habe Kopfschmerzen, so. Das kann man sich doch nicht vorstellen, dass du irgendwo in einem Büro, sage ich mal, arbeitest und du sagst, der Sekretärin oder sonst wem da, ich habe Kopfschmerzen, ich muss nach Hause oder zum Arzt, ich kann gerade nicht. Dann, also, wenn es da dann heißt, ist so, nee, geht nicht. Aber weil das halt so unpersönlich über so einen Chat läuft, wird denen halt gesagt, nee, die machst du jetzt. Fertig. Und dann wissen die auch nicht, was die tun sollten. Die schreiben dann halt in unserem internen, in unserer internen WhatsApp-Gruppe darüber. Das wird dann halt alles festgehalten. und also ich, also mit mir könnten die sowas dann halt nicht machen. Aber die nutzen das halt aus. Also das ist wirklich so, so perfide, rassistisch. Also, das merkt man halt so. Es sind die Jungs, die halt kein Deutsch, können die dann halt so diese übelsten Erfahrungen mit diesem Disponenten-Chat machen. Und ich kann dann halt sagen, no, nee, geht nicht, mach ich nicht. So, und dann heißt es halt, okay. So, aber auch bei mir wird halt versucht, okay, ja, nimm dir erst mal zehn Minuten Zeit. Ich weiß doch, wie es mir geht. so, ich meine, das ist halt absurd. So, das ist richtig absurd. Also, richtig perfide Methoden. Ja, sehr krass mit diesem Alltagsrassismus, der sich im Arbeitsplatz quasi Ja, genau. Also, das wird halt, das ist ganz klare Methode. So, das sieht man halt auch. das ist, es kann Lieferando, wenn die ein Statement dazu bringen würden, dann kommt vielleicht das Wort, ja, es sind Einzelfälle wieder auf. Aber ja, aber leider ist das halt klare Methode, die du erkennst da. ja. Magst du vielleicht was über die Organisation von den Schichtplänen, über diese App erzählen? Also, die Schichtpläne sind für einige sehr praktisch, für andere problematisch. Also, das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einmal finde ich es persönlich ganz praktisch, dass ich mir so, irgendwie eine Woche vorher, so meine Stunden dazu recht legen kann, meine Stunden anbieten kann und dann kriege ich die auch meistens so zugeteilt, wie es passt. Aber wenn du halt, äh, als jetzt Student, da arbeitest, wenn du jetzt so einen Studentenjob hast, wenn du jetzt so einen Studentenjob da hast und, ähm, du bist dann halt so, ähm, du bist quasi auf, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, die du arbeiten darfst. und wenn du jetzt zum Beispiel deine Schicht da so zurechtgelegt hast, so an zwei Tagen arbeitest du dann mal so acht Stunden oder so jeweils und du hast am ersten Tag dann eine Minute drüber gearbeitet, dann nehmen sie dir die andere Schicht raus, die du extra geplant hast, so, für den Tag, weil du kommst dann auf die Minute höher und das dürfen die ja nicht machen, die dürfen dir ja nicht zu viel geben, als Student und dann verlierst du die komplette Schicht, die du da eingeplant hattest. Wenn du nur eine Minute drüber kommst und das sorgt dann auch wieder für Konflikt mit den Restaurants, weil du bist dann Fahrer, du bist auf die letzten zehn Minuten gerade noch so drin und dann nimmst du die Bestellung nicht mehr an. Ja. Weil du willst die nicht mehr annehmen, weil du kommst auf jeden Fall über, du hast, kommst, du hast halt über Minuten und weißt, die nächste Schicht habe ich dann verloren und dann, ja, also für mich ist sowas dann zum Beispiel nicht, weil ich halt als Teilzeitler da arbeite, über Minuten wird auch wirklich ziemlich genau auf die Minute berechnet. Wenn ich drüber gehe, rechnen die das nach ein paar Tagen, wenn die Schichtwoche durch ist, auch genaust nach, also es wird dann wirklich auf die Minute genau geguckt, aber, ja, wenn ich das als Student machen würde, also, schwierig, so, weil ich könnte eigentlich meine Schichten nicht so planen, wie ich will, wenn ich nur eine Minute irgendwo drüber arbeite. Und kam das schon mal vor, dass sich quasi beschwert wurde, also von den Disponenten beispielsweise, dass man zu langsam fährt? Das kam vor. Das kam sogar recht oft vor. Also bei mir tatsächlich nicht, aber bei Kollegen kam es oft vor. Und, ähm, aus Frankfurt gibt es auf jeden Fall so klare, also die haben uns gewarnt, als dann in Darmstadt der Betriebsrat gegründet wurde, dass danach der Ton der Disponenten auf einmal ein ganz anderer war. da wurde dann viel gesagt, so, fahr mal schneller, mach mal das. Das hat halt alles, äh, nachgelassen, als dann ein, einer unserer Kollegen, äh, leider überfahren wurde, totgefahren wurde in Frankfurt, letztes Jahr im Dezember, ähm, von so einem SUV-Fahrer und da hat das dann so ein bisschen, also, so traurig das klingt, das hat uns ein bisschen so, äh, es hat uns, äh, ein bisschen mehr wachgerüttelt und die trauen sich jetzt auch nicht gerade jetzt irgendwie sowas zu schreiben, so, mach mal schneller oder so. Die fangen jetzt, also sonst war es halt wirklich so, fahr mal schneller, warum dauert das so lange? Das war so der Ton, jetzt heißt es halt eher so, ähm, äh, wenn es mal länger dauert, so, hey, ist alles okay oder sowas, ne, aber die Message ist natürlich, es wird das gleiche suggeriert, so, warum ist das Essen noch nicht unterwegs? Und, also, mir ist das jetzt letztens mal passiert, das war halt eine Bestellung von 200 Euro von irgendwie so 35 Dönern, so, oder 35 Dürums waren das und natürlich brauchten die lang, um das Essen zu machen, so, und, ähm, ähm, es kam dann halt noch dazu, dass eben die App, also, dass ich völlig woanders angezeigt werde auf der, auf der App, auf der Karte, so, das GPS hat gerade irgendwie einen Fehler bei denen und ich werde gar nicht da gezeigt, wo ich eigentlich bin. Die vermuten dann halt erst mal so, hä, warum ist der nicht am Restaurant? So, der müsste schon seit 10 Minuten oder so da sein und ich bin eigentlich da, aber das GPS zeigt mich völlig woanders, also, es sind halt so IT-Probleme, die immer wieder mal vorkommen. Ja, das ist schon problematisch, wie ihr das dann ausbaden müsst. Ja, genau, also, wir müssen dann halt so, es ist auch leider so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe, ich bringe das Essen an die Adresse, Name steht nicht an der Klingel, ich rufe an oder ich will anrufen und das ist eine ausländische Nummer, ich kann da halt nicht anrufen und bevor die es überhaupt für mich ausbaden können, da beim Kundenservice in Berlin, habe ich das Problem schon meistens selber gelöst, irgendwie. Also, bevor die mir überhaupt schreiben, ja, wir gucken mal, habe ich es meistens selber irgendwie gelöst, das Problem, also, auf irgendeine Art und Weise findet man dann doch den Kunden und alles oder so, ja, man muss halt, oft ist man schneller, als wenn man jetzt Hilfe von denen erwartet. Also, es kam schon vor, dass Leute dann wirklich so gesagt haben, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr und dann warten sie zehn Minuten, zwanzig Minuten, mir ist mal meine Brille kaputt gegangen und ohne die kann ich halt nicht sehen und ich habe halt gemeint, ey, bitte storniert mal die Bestellung, ich muss heim und meine Ersatzbrille holen und es kam halt nichts von denen, keine Antwort, gar nichts. Ich bin dann halt einfach nach Hause, habe mein Fahrrad nach Hause geschoben, habe meine Ersatzbrille mir aufgesetzt und dann die Bestellung halt abgegeben und dann halt so zurückgeschrieben, ja gut, hat sich erledigt. So, die haben halt nicht geantwortet, so, einfach gar nichts, so von denen. Ich wollte, dass es ein anderer Fahrer bekommt, damit es halt schneller geht, damit der Kunde nicht irgendwie zu lange auf sein Essen warten soll oder das Restaurant sich denkt, warum ist denn der Fahrer noch nicht da, also kam halt nichts von denen, also bin ich halt nach Hause, Brille ausgetauscht und ja. Das heißt, es gibt auch gar keine Empathie von deinen Disponenten und die haben vermutlich auch gar nicht auf dem Schirm, wie jetzt hier die konkrete Lage ist eben vor Ort. Gar nicht, also die, es war so, man hat immer erwartet, also die Erwartung an die Fahrradfahrer war so, man soll so 18 kmh im Durchschnitt fahren. So, mit Ampelnphasen natürlich eingerechnet, aber das war so die Erwartung und wenn du mal so siehst, also selbst ein E, ich fahre kein E-Bike, ich fahre so ein Mountainbike-mäßiges Rad, sage ich mal, dann selbst die Fahrer mit dem E-Bike kommen auf so 19, irgendwas im Durchschnitt und wenn du halt immer drunter warst, dann war es halt so, dann gab es halt manchmal so eine Message, jetzt kommt sowas halt nicht mehr vor. Die wissen halt nicht, okay, geht es hier jetzt die Straße ehrenberghoch oder runter, so, wissen die halt nicht, ne, so, die gehen halt davon aus, dass das alles so ein, ich weiß nicht, wie in Holland aussieht, alles flach ist und du kannst überall gleich schnell und gleich viel fahren. und das ist halt, ja, das wissen die nicht, weil das sind nicht Leute, die in Darmstadt sind oder in der Stadt sind, die hocken alle in Berlin von einem Rechner und die kümmern sich halt auch um mehrere Städte dann halt, simultan, ne, also Darmstadt und Frankfurt wird dann in einen Topf gepackt sozusagen und die Disponenten müssen sich da um halt beides kümmern, ne, so und das ist halt dann so, die waren nie vielleicht in der Stadt, kennen die Stadt überhaupt nicht, haben keine Ahnung, wo was wirklich ist, wie die Verkehrslage ist oder sonst irgendwas, also. Du hast das ja eben schon angesprochen, Stichpunkt, äh, Betriebsrat, wie ist das denn, also Take-Away sagt von sich aus, dass es, äh, sobald es irgendwie Probleme gibt, eben die Fahrerinnen und Fahrer eben haben, dass die sich eben, äh, beschweren, also beschweren können, eben an Anlaufstellen, ähm, aber andererseits hört man ja auch eben, dass Leute nach Beschwerden eben fristlos gekündigt werden. Hast du schon irgendwie ähnliche Situationen erlebt oder gibt es generell irgendwelche Anlaufstellen mal Probleme? Also es gibt, äh, eben die Disponenten, aber die sind nur für so Probleme zuständig, die halt jetzt so die Fahrten und so das Essen hin und her liefern oder sowas angeht, ne. Es gibt dann halt ein Kontaktformular, das du halt so ausfüllst in der App und da kannst du halt dann Beschwerde reinschreiben und dann, äh, bekommst du so eine automatisierte E-Mail zunächst mal, in der es dann heißt, ja, wir haben viele, wir haben gerade viele Tickets sozusagen, die wir uns kümmern müssen, wir melden uns dann wieder bei dir und dann kriegst du so einen Satz zurück, so, und ja, nach so einer Woche oder so, kriegst du dann halt mal einen Satz zurück von diesen, von dieser E-Mail-Adresse, so, äh, und die löst das Problem dann natürlich nicht direkt, sondern man muss halt dann so weitermachen oder man resigniert halt einfach und sagt sich so, weißt du was, jetzt ist so viel Zeit vergangen, ist jetzt auch egal, so ist jetzt auch egal, irgendwie, also leider ist da so die Erfahrung, so Hilfe, wenig bis gar nicht, so, wenig bis gar nicht, von, von Seiten von Lieferando, weil das halt alles so, ja, so extern ist, schreibst halt so eine E-Mail, kriegst eine automatisierte E-Mail zurück, dass die sich drum kümmern und sich bei dir melden und dann melden sie sich darum und oft brauchst du ja die Hilfe dann irgendwie direkt vor Ort, also, das ist dann halt oft nicht der Fall, ne, das wird dann halt oft, opa, nix passiert, sieht man's, okay, nee, also oft ist das leider so, man, ja, man, man wartet und dann ist es eigentlich eh schon zu spät, schon erledigt irgendwie, man hat sich selber drum gekümmert in den meisten Fällen, also, ja, so war das so, zumindest meine Erfahrung. Ja, Darmstadt ist ja eine der wenigen Städte, die tatsächlich einen Betriebsrat hat, Lieferando, kannst du erzählen, wie das ablief, den zu gründen und, was euch da für Steine in den Weg gelegt wurden? Also, ähm, ich kam da ganz am Anfang, äh, im, ja, November letzten Jahres hab ich da angefangen, da wurden mir dann eben auch direkt erzählt von Kollegen so, hey, wir gründen hier jetzt auch einen Betriebsrat und, ja, ähm, von denen hab ich das natürlich viel mitbekommen, also, ich hab mich da selber zum Beispiel nicht aufgestellt, weil ich grad am Anfang sozusagen da ankam und, aber es war schön irgendwie zu beobachten, wie sich das alles auf einmal so gründet, Problem, also Lieferando, ähm, ja, es ging halt vor Gericht, also die Wahl zum Betrieb, die Betriebsratwahl lief eigentlich sehr gut, es gab eine hohe Beteiligung auch an, an Wahlen unter den ganzen Kollegen, äh, aber Lieferando, äh, geht erstmal prinzipiell vor Gericht, was das angeht, also das haben die in Frankfurt so gemacht, die den ersten Betriebsrat gegründet haben in, in Deutschland, das haben die bei uns auch so gemacht, also man hat das erstmal so, ja, angefechtet, die, die, äh, die Betriebsratswahl, das machen die halt so prinzipiell, ich meine, die haben ihre Anwälte da mit, äh, weiß ich nicht, haben vielleicht so, die haben die da, warum dann nicht auch Nutzen für sowas, also, das, das wurde dann halt gemacht, wahnsinnig viel Geld, was dafür drauf geht, äh, und ja, das war echt erstmal ein Problem, also, ähm, aber ja, man musste halt da einfach, äh, man musste halt durchziehen, äh, das ist ja alles rechtens so, wir sind, äh, in Darmstadt selbst, so, 60 bis, das wechselt stark, aber 60 bis 80 Fahrer kann man, werden wir immer so sein, und das ist genug, um ein Betriebsrat zu gründen, also, das ist alles rechtens, jetzt haben wir auch ein Betriebsrat, und, also, die Betriebsräte sind auch mittlerweile, so, von dem, was ich immer so viel mitkriege, ähm, ja, die verbinden sich auch viel miteinander, also, es gibt natürlich jetzt auch so einen großen, zentralen Betriebsrat, so ein, äh, treffen sich, ja, also regional, ja, auch so deutschlandweit, treffen sich auch regelmäßig, und, ja, ähm, aber ja, Lieferando hat das am Anfang, also, hat allen, die es probiert haben, erst mal alles mögliche ansteigend in den Weg gelegt, also, alles, was sie halt rechtlich so konnten, haben sie halt versucht, um das zu verhindern, ja, man fragt sich halt, warum, also, ich meine, das ist halt leider so die Situation, also, natürlich wollen die sowas nicht, in deren Interesse ist es auch nicht, so einen Betrieb zu haben, wo jetzt Leute langfristig eingestellt sind, gerade bei uns Rydern, es geht einfach darum, also, deshalb kriegen wir auch keine unbefristeten Verträge, sondern immer nur ein Jahresvertrag, ein Jahresvertrag, also, und dann wird es halt verlängert um ein Jahr, und, wenn überhaupt, weil, in deren Interesse war es halt so, so zu gucken, komm, wir nehmen Fahrer, und dann schmeißen wir die nach einem Jahr raus, ganz egal, ob die gut oder schlecht, oder wie auch immer gearbeitet haben, und dann kommen neue Rekruten, und so bildet sich dann halt nie sowas wie ein Betriebsrat, ne, dann kommen die Leute nicht auf so Ideen, am besten verbinden die sich auch nicht miteinander, gründen eine WhatsApp-Gruppe oder so ein Kram, um irgendwie miteinander darüber zu reden, was denen nicht passt, oder sowas, also, ja, klar, das war überhaupt, das wollten die auf keinen Fall, so, die Message kam von denen immer rüber, so, auf keinen Fall sollen die sich organisieren, aber das haben wir uns jetzt halt, es hat auch schon so die ersten Sachen, äh, uns gebracht, also, wir hatten ja vorher keine, keine, also, gar keine sozusagen, also, so Kilometerzahlung sozusagen für ein Verschleiß, das hatten nur die Autofahrer, weil das gesetzlich war, ähm, ein paar Sachen werden einem versprochen, die kommen aber auch nicht so wirklich, also, gerade so zu Schichtende, dass man dann zum Beispiel nicht eine Bestellung bekommt, die einen so komplett weg von, von, von der Wohnung, oder von wo man lebt, halt schickt, dass man nochmal so, einmal quer durch die Stadt fahren muss, um nach Hause zu kommen, oder sowas, weil die letzte Bestellung am Ende der Stadt ist, sowas wollten die eigentlich auch einführen, aber das hat sich nie wirklich so, äh, hat sich nie so ergeben, so richtig, ja, also, Betriebsrat war, äh, war ein bisschen schwierig, aber man hat es halt durchgebracht, hier in Darmstadt, und ich bin, ich bin auch ganz froh darüber, dass es den jetzt gibt, man hat halt mal eine Anlaufstelle, aber ja, es ist ein Betriebsrat, also, der wird jetzt nicht irgendwie, äh, die ganze Problematik, die der, die, das Unternehmen so mit sich führt, lösen können, so, man hat halt jetzt zumindest so eine, Anlaufstelle, also, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem haben sollte, weiß nicht, ob die mir wirklich den Vertrag verlängern, dann rede ich halt mit den Jungs vom Betriebsrat, und vielleicht können die da irgendwie was machen, vielleicht können die, die irgendwie überzeugen, dass, ey, wir brauchen ihn, weil er ist ein Teilzeitler, und wir brauchen halt Fahrer, die mal, die, die, die viel zur Verfügung sind, so, die mehrere Stunden machen. Das ist ziemlich krass, weil, eigentlich die gesetzliche Probezeit, die beträgt sechs Monate. Ja, also, die ist ja auch sechs Monate bei Lieferando, aber dann hast du halt sechs Monate noch Vertrag. Also, das ist ja das so. Das heißt, das halbe Jahr, bist du in der Probezeit, und dann hast du eh nur noch sechs Monate Vertrag, und weißt halt nicht, ob du wirklich verlängert kriegst oder nicht, ne? und, ähm, also, also, das ist, also, natürlich nehmen die dann auch so die sechs Monate, das Maximum so raus, ne? Das ist das gesetzliche, drei Monate wären vielleicht üblich bei so, bei sowas. Ich meine, warum musst du sechs Monate in der Probezeit sein, so, du bist ein Fahrradfahrer, so, also, aber natürlich nehmen sie das meiste da raus, und, ja, so ist es dann halt leider. Also, ich hatte ja dir auch vorher noch mal gesagt, so, wir hatten so, auch Leiharbeiter als Lieferer, also, als Rider, und die sind jetzt alle weg, so, äh, die wurden auf einen Schlag alle, ich weiß gar nicht mal, wie das überhaupt, ja, weil es halt Leihfirmen sind, ne? Könnt ihr halt auf einen Schlag gesagt kriegen, so, tschüss, äh, ja, wir brauchen euch jetzt nicht, eure Leihfirma soll euch einen anderen Job suchen, so, also auf einen Schlag, so in vier Wochen waren die alle weg, und das waren wirklich Leute, die, äh, mir hat es wirklich leid getan.